Guten, Schafter, Romenigge, guter Pass, der Münchner, und, ja, ein Müller-Tor. Ab vier Minuten Riff gespielt. Die schöne Vorlage, Romenigge, und, das passiert nichts, da ist es so. Kalt. Und, Gott. Ein wunderschönes Tor, geht hoch, in den Winkel, 2 zu 0. Kubisch, wunderbares Spiel, da ist ein Tor. Welch ein Tor? Tor des Tages, Tor des Monats, da muss man eigentlich gar nicht tippen. Sie sehen die Wiederholung. Der Schütze, Sie haben ihn sicher sofort erkannt. Hier kommt die Wiederholung, ein Dropkick, mit dem linken Fuß, Hans Fröller. Die Schweizer, die deutschen Abwehrspieler, kurz vor dem eigenen Strafraum. Karla, gegen ihn, ausgiefahren. Der Anschlusstreffer. Das 1 zu 3. Hier der gewonnene Zweikampf. Und dann steht, Karl-Heinz-Werster etwas ungünstig. Und, Sie haben eine Chance, da zwei weiterkommen. Ihr letzter Test, und, Hermann. Und, Kelsmeter. Das kann man vertreten. Sie sehen hier den Solo-Lauf. Der Schweizer läuft sehr geschickt. Vor die Füße. Und, René Botterhoff. Stattiert geschossen, sehr hart. Obwohl Schumacher noch dicht herankam. Und den Kommentar von René Júpiter Wann, den kann ich mir vorstellen.